So, weiter geht's mit Snowboard-Kids. Ähm, ich geh aber nochmal kurz vorher in den Shop. Und hol mir das letzte Alpine. Hab ich genug? Ja, 25.000 müsste reichen. So, mehr brauch ich nicht. So, Gras Valley. Farm, Coolmine, Kohlemine, Baumtunnel. Oha, das wird schöner Spaß, der uns da um die Ohren flattert. Ein bisschen langweilig. Das dritte hätten sie... hätten dem eine andere Farbe geben können. Ja, können wir auch noch machen. Na, komm schon. Perfekt. Solange es keine Linda hier ist. Oh, die Musik ist cool. Über die Brücke. Oh, das wird... Wow! Ich glaube, hier ist das Alpine gar nicht so geil. Soviel zum Thema Abkürzung. Ja, das kann natürlich passieren. Man kann sich mit einem eigenen Schneemann treffen. Haben es gerade gesehen, wie es läuft. Deswegen, die Schneemänner sind bei wendigen Kurven nicht so geil. Hier ist ein Baumtunnel. Hier ist ein Baumtunnel. Hier ist ein Baumtunnel. Ich weiß nicht, dass er so richtig gemein ist. Ein Grisli-Bär. Oh, Bärchen. Hallo. Hallo, Mr. Braunbär. Hallo. Brauche ich gar nicht anfangen. Brauche ich gar nicht anfangen. Ah, das muss ich nochmal machen. Ah, die Linda, natürlich. Alle, die sch... Der Tommy ist relativ schnell. Also, wenn der mich überholt hat und mich verkackt, dann... Holy moly. So, und hier ist die Kohle-Mine. Man soll es auch schaffen, da hochzukommen. Ich weiß nur nicht wie. Na, die Schneemänner und die Bomben sind alles nicht so tolle Sachen. Ich hab das Gefühl. Ja, wie gesagt, wenn der mich überholt, dann ist es vorbei mit Spaß. Wenn du den zum Stolpern bringst, ist das natürlich optimal. Wie? Oh, ja, genau. Da haben wir es auch mal drin. Ähm, ich hab jetzt nicht genug Kohle gehabt. Äh, die Flamme war doch schon am Abklingen. Scheiße. So, das Hoppelhäschen krieg ich. So, dann hau ich mal die Münzen durch. Ne, ich bin jetzt hier geradeaus. Da ist die Linda. Krieg ich nicht, okay. Zu Pur weg. Ja, der konnte natürlich gut. Der konnte natürlich gut, ähm, wie, wie heißt's, was würde ich sagen? Der konnte gut mit seinem Turbo eine Zeit lang entkommen. Äh, das war natürlich dumm von mir. Ey, was soll das denn? Dass der Dicke da runterfällt, ist okay, aber... Ja, da kann man natürlich auch mal schön ne Falle rein. Ja, da kann man natürlich auch mal schön ne Falle rein. Ja. Oh, Mann ey, also hier die Strecke ist, glaube ich, echt übel. Oder ich bin einfach nur gerade grottenschlecht. Puh. Miss, 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 miss. Eskalation auf Controller. Oh, diese Kurve ist gemein. Ich weiß nicht, wie man die schafft. Vor allem der Dicke, wie der Dicke die schafft. Der hat auch eine... eine Handlung von Müll. Ich hab auch keine Schüsse. Vergiss es. Oh, du fette Qualle, du hässlicher... Oh, du trägiger Pommespanzer. Was war das denn? So eine Mistsau. Und ein paar Münzen werden jetzt... Geil. Ach, ich hab keine Synergie mit diesem Scheiß-Partei. Aber ich brauch's. Alles andere ist nicht schnell genug. Münzen! Ja, das ist nicht wendig genug. Das ist mein Problem. Die Linda ist da vorne. Das ist gut. Vor dem Geist gibt's nämlich keinen Schutz. So, die muss ich jetzt irgendwie ausmannisieren. Ja, komm! Ja, ich glaub, ein paar Millisekunden bin ich schneller ready als die. Ich klicke einfach daran, dass sie der erste Platz ist, nicht der zweite Platz bin. So war das hier in dem Spiel, glaub ich. Also, der letzte Platz steigt eine halbe Sekunde früher auf und kann weiterfahren als der dritte und so weiter und so fort. Wer schießt denn da diese dicke Qualle, ey? Kaum bist du erster und schon... Ja, natürlich. Zweiter Platz, klar. So, frisst das, Specki. Ich hab so das Gefühl, dass der... Dass die Computer oder die NPC, also die KI, wenn die jetzt Dingsbums... Wenn die jetzt mehrere Dingsbums bekommen, Geister... Och, Mann! Doch nicht so kurz vorm Goal! Och, Mist, das ist ja erst die vorletzte Runde. Ich dachte, das ist mir schon die letzte. Ich hab nix mehr zu trinken. Warum hab ich nix mehr zu trinken? Warum bin ich so nervös? Warum will ich das... Gewinnen? Warum machen die mir das Leben so zur Hölle? Und warum bin ich so langsam? Ah, die war schön genommen und ich hab's verkackt. Oh, du fettes Schwein, du trägiger. Oh, Mann. Die sind auch so geskriptet, wenn du vor denen bist, direkt drauf. Auf geschissen. Super. Und jetzt... Ah, diesen Schuss krieg ich nicht. Dafür ist das Board nicht wendig genug. So. Der Dick ist doch wendiger als gedacht. Ne, das schieße ich jetzt nicht ab. Jetzt ein paar Münzen wären geil, aber nein, natürlich nicht. Ich krieg als erster Platz immer nur so Kacksteine. Ach, Mann. Komm, fahr vorbei. Ich schwör's dir, jetzt kriegst du... Schluck das. Ja, natürlich. Ich lass den ein bisschen vor, weil wenn ich den jetzt abkriege, dann hab ich keine Zeit mehr zum... ...ausweichen. Super, noch mehr Eis kann ich gebrauchen. Jetzt könnte ich einen Speed gebrauchen, aber lass mich raten, ich krieg einen Stein. Siehst du, ich war mir... Irgendwie hatte ich ein Blut. Ich hab das... ...im Blut gespürt. Dass da nur so ein Kackstein kommt. Ah, besser als nix. Jetzt darf ich nicht umfallen. Immerhin. Ich hab zwar einen Geist, aber den konnte ich mit dem Turbo ein bisschen neutralisieren. Ich wollte mir eigentlich das Kingsbums-Board aufheben. ...das Geister-Board. Also die Unsichtbarkeit, aber... Damit gegen die Wand brettern. Oh, komm schon. Oh. Oh, da feiert man teilweise so mit, ey, dass man da echt... ...schau mal, was platzen kann. Ja, komm, natürlich auch nochmal an den Arsch getreten. Ich war doch schon fertig. Ich hab mir jetzt noch mal ganz kurz was zu trinken ein. Oh, wunderbar. Super. Ja, ist ja gut. Boah, da kriegst du Kopfschmerzen, ey. Vor allem, wenn du Kopfhörer aufrasst. Gab gut Kohle. 10.000? Kann man nicht meckern. Puh. Boah. Letztes Match, komm schon. Dizzyland. Dizzyland. Nicht Disney, sondern Dizzy. Super. Ach, nee, oder? Mal, aber es kann ich es eigentlich verkackt. Nein, Linda, Linda, Linda. Doch. Boah, zum Glück. Weil ich wäre nämlich jetzt echt verkackt, ey. Ah, diese olle Zippern hat mir jetzt die ganzen Dinger geklaut, ey. Hey. Du, 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 du. Oh, die Musik hier ist toll. Du, 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 du. La, 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 la. Ich fahre Snowboard Kids und ich bin Platz 1. Obwohl ich es so sehr verkackt habe. Äh, äh, la, 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 la. Ich lass mich nicht runterkriegen. Jetzt bin ich nass. Weil ich runtergefallen bin. Wie ein Schatz. Doch gebe ich nicht auf. Ich gebe mein Bestes und wird Platz 1. Den Turbo, den hebe ich mir auf. Und brenne hier nicht durch. Ich schaffe es doch ganz gut. Mit der Brut und dem Turbo und Feuer. Kohle hab ich nicht. Und verloren. Ah, scheiße. Lalalala, 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 lalalala. Lalalala, lalalala, lalalala. Yay. Nein. Jetzt fahre ich weiter. Und wir fahren weiter. Yay. Ah, die Musik ist toll. Die will ich erst in der 3er haben. Boah, jetzt muss ich retryen, ey. Ups, ich wollte eigentlich zurück, aber egal. Ja, hier müsst ihr mit meinem Gesinge klarkommen. Lalalala, lalalala. Super. Läuft schon mal besser als eben. Ich hab doch noch... Ich feier dieses Spiel zu sehr, weil es macht mir gerade Spaß. Und ich fahr mit dem Snowbo durch Desiland. Und das find ich noch viel, viel toller. Und ich singe gerade im Rhythmus mit, weil ich mich gerade angesteckt hab. Aber ich lass es bleiben, sonst werd ich mir die Spür vertreiben. Aber das ist mir egal, denn ich hab gerade voll Bock, hier mitzuschwingen. Und euch ein Liedchen zu singen. Durch das Karussell fahren wir mit dem Snowboard. Das ist doch schön und... Boah, das war super. Jetzt bin ich wieder raus. Und jetzt nach links, 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 links. Ja, ja, super. Die Abkürzung, die hab ich getroffen. Ja, ohne das. Ich hab nur Cola gesoffen. Und schlabermüll. Wir schaffen es doch weiter. Auf den Platz 1 und weiter. Und immer schön nach gerade... Geradewegs nach unten. Ja, 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 ja. Die Wasserrutsche ist fein. Und legen wir einen Stein hinein. Da, 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 dann. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus. Und ich weiß nicht, was ich labern soll. Ich bin nicht gut im Rhythmus. Und ich bin nicht gut im Rhythmus. Und das lass ich lieber bleiben. Aber ich schaff Platz 1. Das weiß ich ganz genau. Jetzt sitzen wir im Sitz. Und das macht mich gerade spitz. Dass ich das Rennen gewinne. Aber das kriegen wir schon hin. Und wir fahren durch die Münzen. Und holen uns ein Item mit. Mit dem Fallschirm hau ich die Gegner weg. Und ich verlass sie fressen Dreck. Sorry. So, das war jetzt Verschwendung. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Aber da muss ich aufpassen, dass ich die ganze Zeit eben Slalom fahre. weil der Rhythmus der Musik ist saugeil. Und ich fahre weiter. Nein, 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 nicht so. Ui, Mist. Irgendwie kriege ich es gerade hin. Weiter geht's durch die Tassenterrasse. Das finde ich voll klasse. Einmal hingekriegt, da klappt's auch. Und ich streichel mir durch den Bauch. Und, oh, schön, die Kurve hab ich grad schon hinbekommen. Und ich fühl mich nie benommen. Einen zweiten Stein leg ich in die Strecke für meine Gegner rein. Ich werd gewinnen. Ich hab doch gesagt, das kriegen wir hin. Und das bleibt zu, außer einer kommt und tritt mir in den Po. Doch dafür hab ich ja noch die Threaten. Und das ist gerade wunderbar. Oh, warum konnte ich jetzt nicht B drücken? Ähm, Menno, das ist die Linda. Ich brauch einen anderen Show-Ho-Ho-Ho's. Denn diese Bomben können schnell mal nach hinten losgehen. Wie? Oh, die finale Runde erst. Leck mich doch. Hab ich das Spiel neu... Hab ich... Ne, neu gestartet hab ich nicht. Doch hab ich. Scheiße. Top schon. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Willkommen. Ach, ne. Da wollte ich zu schnell. Willkommen zu der letzten Runde. Das ist in aller Munde. Ich werde trotzdem weiter. Platz 1 machen. Das wär doch gelacht. Schon wieder einen Stein in die Strecke rein. Und die Bomben sind bereit. Für die blöden Linda werden sie nicht vorbei. Flitzt ein Karussell. Da dreht sich mein Kopf. Das macht mich schnell. Ich springe ab. Und liefer einen kleinen Stunt ab. Ich werde weiter, weiter fahren. Bis ich im Ziel unten bin. Jetzt hab ich 100 Münzen verschwendet für Bomben. Die ich leider schon besitze. Und ich fahre wieder durch die Treppenterrasse. Äh, Trassenterrasse. Schon oben. Ne, krieg ich nicht hin. Krieg ich nicht hin. Mist. Hier werde ich jetzt meinen Dingsrums nicht benutzen. Oh, die Strecke ist schön. Ich hab jetzt meinen Turbo gegen den Stein eingetauscht. Das war dumm. Aber Hauptsache durch. Jetzt kommt noch die Wasserrutsche. Das war gerade ein bisschen dumm. Trotzdem, das bringt mich nicht um. Oh Mann. Immer so zum Schluss. Das hat mich jetzt umgebracht. Und natürlich. Die ganze Zeit lief es so wunderbar ab. Und jetzt so eine Scheiße. Ich hab so schön besungen. Ich war so schön im Floh drin. Du Specki kriegst von mir keine. Pissnelbein. Ach, Menno. Wo sie es noch mal machen? Leck mich doch. Alpon! Müsst ihr mich halt noch mal beim Singen ertragen? Tut mir leid. Ich würde gerne einen Daumen nach unten geben, wenn ich es lassen soll. Aber das ist mir bei dem Spiel egal. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich so ein Spiel schnell durchspitze. Lalalalalalala. 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 Lalalalalala. 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 Durch Dizzyland, ja, fahren wir. Und wir trinken gar kein Bier. Denn wir müssen uns konzentrieren. Und versuchen, den ersten Platz zu riskieren. Denn wir fahren nüchtern schön, ohne uns zu verhöhnen. Und ich habe viel riskiert. Denn ich versuche nicht zu fallen. Und ich fall nicht. Denn wenn die Linda kommt, trete ich ihr ins Gesicht. Was sehe ich denn? Die sind auf meinen Fersen. Das kann ich einfach nicht lassen. Dürfen die Tasse nicht verlassen. Doch dürfen sie noch nicht berühren. Das wollte ich eigentlich sagen und bin aus dem Konzept gekommen. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen will. Das fängt ja mal wieder super an. Was für ein toller Mann. Da kann man, oh, kommt man nicht dran. Das fängt ja auch noch an. Und Gameplay. Lalalalalala, lalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Lalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalalala. Oh, diese scheiße Münzen. Boah, das war knapp Durch die Wasserrutsch Geh ich mit einem Rutsch Die Binguinhäuser Sehen süß aus Trotzdem Mach ich mir grad nichts draus Irgendwie krieg ich das mit den Saltos nicht hin Aber ich bin ja hier ein Kind Da kommt schon die nächste Träuler Komm ich geb der Kleinen einen schneller Dann ist sie still Und belästigt mich nicht mehr weiter Denn ich will auf Platz 1 Und weiter hoch die Leiter Ich fahre jetzt weiter Richtung Ziel Denn ich will doch gar nicht zu viel Ich will nur Platz 1 Erreichen Ich will Ich weiß nicht ganz genau Was ich hier gerade weiter labern soll Ich muss aufhören Wenn ich ein gutes Item habe Muss ich aufhören weiter abzug Grasen Und es wirklich für den Notfall aufhören Gerade auf Platz 1 Krieg ich hin? Oh dieser Rhythmus Der ist einfach geil Ich muss da einfach mitsingen Ja ein kleiner Trick Zumindest ist besser als nix Schon wieder so ein Kackstein Gut lassen wir jetzt mal Ich versuche mich jetzt aufs Gameplay zu konzentrieren Und nicht zu singen Boah das war schön durchgesneakt Und hier durch Perfekt Na wenn ich nicht singe Klappt's auch Das kriege ich jetzt nicht hin Okay Da muss ich mich erst wieder reinfinden Oh diese scheiße Münzen Na komm schon Ich hab so einen schönen Vor Ne die Linda ist hinter mir Oh diese alle Zippe Nein Linda hau ab Hau ab Sitz aus Platz Hab ich sie Hab ich sie Hab ich sie Ne hab ich nicht Doch 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 Bitte 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 Ja 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 Ah ne das erste Vorletzte Oh Ich freue mich wie ein kleiner Spatz Auf der Hand Und im Endeffekt Ist es doch einfach nichts Außer diese vorletzte Runde Und die ist mir Klippt mir immer noch am Arsch ey Lad den Slashtom auf dem Date Nein Heute Abend in der Arkadspielezone Nach dem Sport Und dann ist sie Ruhe Dann musst du dir nicht den ersten Platz streitig machen Meine Güte Na komm schon La 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 Ich glaube das ist ein nübbelig Ein kleiner Häppchen Zurecht Und warte alle gleichzeitig Oder ich lasse die Dinger so wie sie sind Im Hause als Dingsbombs hoch Als ähm Premiere Wurde ja auch schon gesagt Was ich das schon Nein Das hätte ich gelassen sollen Ähm Was ich das schon länger nicht mehr hatte Danke für den Anschub Linder Ach man Was sollte das denn Immer in der letzten Runde Immer in der letzten Runde Passiert so ein Mist Ja Jetzt kann ich auch alles abgeben Das ist mir jetzt auch scheißegal Schlucki Schlucki Boah Das war knapp Ist aber schön gemacht Ich find's cool Dass ich da mal durchkomme Ne Die Linda hat so einen Vorsprung Und ich verkack gerade richtig Das ist doch eklig Na gut Muss ich einen Versuch noch mal Wagen Wenn die Parts halt ein bisschen länger So ein Stündchen oder so Na gut Ich hau die einfach alle zusammen Die Parts Und dann guck ich mal Wie lang das ist Und dann hau ich da Diese Kackmünzen Ist vielleicht nicht schlecht Da vorne ist die Linda Jetzt kriegt die noch Ein Geist von mir Ach Mist Ach Mist Oh das kannst du vergessen Die ist zu schnell Ready Go Oh Und ich hab den Geist eingetauscht gegen ein Stein Wie blöd kann man nur bloß sein Dann zieh dir mal den Grafen rein Mit dem Snowboard kreist er seine Runde Und ist im ganzen Bunde Die ganze Zeit am Verkacken Denn das lässt man sich am besten mal sacken Diese Kurve ist mies Denn die kriege ich nur hin mit viel Grieß Ja, ich schrei wie ein Idiot Denn wir sitzen doch alle im selben Boot Die sind unsichtbar, das war jetzt sehr schön Aber auch ein bisschen sinnlos Da ist was umgefallen Ach, ich vergesse es immer Mit dem Board kann ich es vergessen Ich fahre jetzt weiter Schön im Kreis herum und bin heiter Denn ich lasse mich nicht unterkriegen Da habe ich dich ausgetrickst Du kleine Mist gepopert Da gehst du mich nicht auf den Sack Und ich fall runter Ich hab den Dingsbums Weiter geht's im Kontext Denn das ist wie verhext Die letzte Strecke krezt sich wie ein Kaugummi durch den Schuh Das finde ich gerade ekelig Und ich ärgere mich richtig Und ich ärgere mich richtig Dass ich diese Runde viermal jetzt fahre Und wie ein Mohohoos Der Dicke klebt mir am Arsch Dann schieß ich ihm ein Barsch ins Gesicht Ja, der Graf hat Arsch gesagt Wir fahren weiter Richtung Ziellinie Ja, ich weiß, dass ich mich wiederhole Aber diesmal verkacken wir hoffentlich nicht Denn sonst verliere ich mein Gesicht Doch ich weiß endlich nicht, wie es ausgehen wird Denn wie weiß man das schon Ich vergesse immer, dass es gar nicht erst anfangen Ich vergesse immer ganz genau Dass ich nicht anfangen brauche Die Distanz auszuführen Denn das wird dazu führen Dass ich immer entweder verkack Oder auf die Schnauze falle Und somit den ersten Platz verspielen Die Items hebe ich mir auf Für den Notfall dann ab Ich sehe wieder in der Pette drauf Ha, das hat jetzt mal geklappt Ja, mit dem Alpine ist es ein bisschen schwierig Jetzt fahren wir weiter Sind gut gerüst Ohne, dass wir jetzt haben Einen von den Mädels geküsst Denn das brauchen wir hier nicht Einfach nur durchradeln Die ganze Zeit habe ich das so schön hingekriegt Und jetzt sowas Wenn alles gut läuft Dann kann der Graf Auch weiter singen Doch wenn das nicht Dann kriecht ihm das Arschgesicht Ne, Quatsch Ich verliere mal den Flow Weil ich da mal nachdenken muss Was ich singen soll Das geht auch nur wenn alles gut läuft Wenn etwas nicht gut läuft Dann ist mein Hirn gerade kurz Brain-AfK Und dann Das war knapp Das ist alles so knapp Diese Runde kriege ich noch hin Ja super, der kriegt das sauber hin Anstatt dass er noch viel Schnauze fällt Mit seinem dicken Zinken Jetzt konzentriere ich mich mal Dass ich keine Fehler mache Denn ich will endlich die Strecke hinter mir haben Denn das Die finde ich gerade Endlich in Kann man da rein? Das wäre cool Aber Ich habe es nicht hingekriegt Ich habe jemanden Der mir an meinem Hinterhand klebt Ich weiß auch gar nicht Wie ich das einstellen kann Dass der Was ich nach hinten gucken kann So Ich Warte jetzt alles Wir werden gewinnen Und dann Werde ich aufs Preisblitz verschwinden Gar nicht erst springen Die Kurve nehme ich Ziemlich eng Das bin ich streng Denn sonst falle ich Wieder Aufs Mar So Das läuft jetzt Komm schon Komm schon Oh halleluja Das schaffst du Slash Wir schaffen das Wir sind toll Wir sind super Wir haben guten Vorsprung Jetzt freue ich mich Mich wie ein Spatz Denn wir haben es fast geschafft Wir haben auch einen guten Vorsprung Und ich wusste Ich wusste so sehr Tut mir leid Für diesen Ohrenschmerz Und das ist jetzt Auch kein Scherz Ich freue mich Dass wir es schaffen Und dieses Rennen Gewinnen Ja Wir haben es geschafft Also ich drück Jetzt auf Start Und we Yes Ah geil Tut mir leid dafür Dass ihr jetzt die ganze Zeit Hier das Offen Ähm Euch antun musstet Aber dieser Flow ist einfach Total ansteckend Wie Snowboard Kids Chopper Pass Wie Ach so Das war ja nur die erste Runde Quicksand Valley Okay Das machen wir beim nächsten Mal Ähm Ich gucke mal Ob ich mir noch irgendwas kaufen kann Vielleicht für meinen Changeboard Color Alpine Level 3 Hundi Jack Frost Katze Mooneye Oh wie cool Sakura Also Blüte Holz Ist auch nicht schlecht Pinwheel Nix Paint Emerald Auch nicht schlecht Aquamarine Raster Auch nicht schlecht Snowy Blue Sky Dolphin Ja Dolphin Ist ok Aber Die Katze ist toll Komm nehmen wir mal die Katze Obwohl der Dol Der Hund Ja auch nicht schlecht ist Komm nehmen wir den mal Super Ähm Jo Ich speichere jetzt erstmal ab Obwohl Ne Komm ich Es ist jetzt Durch Darauf geschissen Machen wir Wir könnten noch mal Ganz kurz das Fenster So Mal ein bisschen Wasche Luft Reinkriegen Ich glaube Da können wir auch Jetzt den nächsten Linksbuchs Freischalten Drei Runden Wenn wir das gewinnen Können wir glaube ich Den nächsten Typ freischalten Bin mir aber nicht ganz sicher Hundi Yes Hi Justin Hundi mundi Bin mal gespannt Ob es wieder so eine Ansteckende Musik gibt Oh ja hier Sieht man schon Hier geht's ab Geil Ist nicht so ansteckend Flow Aber Aber man geht ordentlich mit Oh die olle Zippe Ja Snowball durch den Sand Ist klar Ich krieg dich Ha schlug das Oh die olle Zippe Oh ja Jetzt kommt der Blues Wir fahren Snowboard In der Wüste Gegen Unsere Kontrahenten Oh yeah Ha Nicht getroffen Fast Links oder rechts links Komm links Duft schissen Sind das Sandmenschen Oder was hatten wir jetzt Hier ist egal Natürlich wenn jemand Ich bin dann erster Wenn jemand Den Ding von uns kriegt Hier musst du aufpassen Hier geht's Wirklich Wenn du nicht schnell genug bist Dann fällst du um Kannst vergessen Das muss ich nochmal neu machen Boah Ist das gemein Na komm schon Ich glaub hier war ich fast zu schnell Ich hab keine Money in der Bank Boah das Alpine Board ist schön Ach du olle Häsin Zippe Jetzt schon Jetzt fängt es schon an Mit den Münzen zu nerven Das kannst du vergessen So Jetzt fahr ich mal hier lang Die Kleine ein bisschen langsamer Das ist ja reiche Dann kann ich ihn mit meinem Eissapfen In den Arsch schießen Ja 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 Holte sie sich das Ding Ja hat sie Mach aber nichts Super okay Rechts das ist doch schneller Obwohl bei der Linda Bin ich mir da nicht so sicher Ach Wie ist die denn da hingekommen Die war doch schon Auf der linken Strecke Ja das war dumm von mir Immer schön springen Wie soll man das denn schaffen Kann mir das mal bitte Einer verraten Ich hab sie noch betroffen Super Also die Strecke hat's echt in sich Ah da gibt's noch Was Oha Ah die Linda ist natürlich weg Ha Das kann ich auch Soviel zum Thema Die Linda ist weg Ey was sollte das denn Ich hatte sie fast eingeholt Ja Super Nein Andersrum Was soll das denn Oh Wie kann ich denn das rumdrehen Äh konnte man das nicht rumdrehen Oh das ist ja mies ey Das konnte man irgendwie Ready Ready Go So jetzt bin ich mal ein bisschen still Und konzentriere mich Nee Das nehme ich jetzt persönlich Komm schon Komm schon Komm schon Hier wird nichts rausgeschnitten Jetzt Verkackt Verkackt Gut Go Los geht's! Oh, sorry, ich werd das jetzt die ganze Zeit durchpitzen, ey. Ich will's nur fürs Let's Play jetzt nochmal fertig haben. Aber Quicksand Valley ist übel, ey. Naja. Oh, das war schön. Mit Bomben in der Tasche hast du immer was zum Nasch. So, Steinchen. Oh, Mann, diese scheiß Münzen. Hahaha, Glitchi, Glitchi. Äh, ich würde ja jetzt euch beiden abknallen. Aber mit Bomben ist das ein bisschen nervig. So, Linda, ich schluck das. Und du schluckst das. Und ich schluck das. Ah, das Häschen ist vorne. Ich brauch die olle Zippe, die die Münzen geholfen hat. Ach, diese Kackkante, ey. So, Ruhe im Karton. So, wir müssen mal hier probieren. Oder hatte ich das nicht schon probiert? Es wäre so schön, ein paar Münzen hier zu haben, aber nein. Glasflaschen in der Wüste, nein. Wie soll man das denn schaffen? Ey. Sorry, aber wie soll man das schaffen? Oder lasse ich mich da von dem Sand ein bisschen beunruhigen? Weiß es nicht, aber wie soll man das denn schaffen, wenn man da von der Seite kommt und man kann nicht schneller? Kann doch nicht sein. Ähm. Hahaha. Schön gemacht, Münzchen, aber nein, vergiss es. Die brauche ich euch. Und was sollte das denn? Ich bin jetzt genau so schnell wie die. Aber jetzt nicht mehr. Ich wollte hier, hätte hier eigentlich abschießen können. Aber dann wäre ich gegen die Gefahren, dann hätte mir das alles nicht zum Möglichen was gebracht. Deswegen, die Eiszapfen sind zwar ganz gut, aber da musst du einen gewissen Abstand haben, dass du auch ausweichen kannst. Oder wenn die gerade um dich herumfahren. Na komm schon, schaffen wir. Och nee. Ich vergesse, dass ich da nach links muss. Ja, das war verdient. Verdient Platz 4. Äh, 3. Ich hatte aber auch Platz 4. Linda, du elende Vogelscheuche. So, jetzt aber. Irgendwie kriege ich die Rechtskurve nicht so ganz hin. Und das rummeine ich die Linkskurven. Und das rummeine ich die Linkskurven. So, hier werde ich doch eh verkacken. Aber wo mir das geht. Äh. Ich habe zwar einen schönen Geist gekriegt, um das Bunny mal ein bisschen auszubremsen. Aber ich habe dafür meinen Dingspunkts verschleudert. Und hier geht es nach unten. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich kriege die Kurve nicht hin. Ja. Haben getroffen. Schön. Schön. Das ist die andere. Aber wie kann das sein, dass die Linda schon wieder so weit vorne ist? So, ein Geist wäre ganz gut, um die Linda mal auszubremsen. Nice. Wo ist sie dann? Ich hätte gern auch ein paar Münzen. So, Blatt nach Münzen. Es war so klar. Warum kriegen die letzten Plätze immer solche kacken Münzen? Nice. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Ich habe sie einigermaßen eingeholt. Yes. Ich habe aber... Ah, kacke. Die Linda ist übel, ey. Weil wenn die vor dir ist, dann findest du keine Möglichkeit mehr. Nach links. Da war es. Dann findest du keine Möglichkeit mehr, die einzuholen. Diese olle Zippe. Das findest du ein bisschen schade. Ich mein, gut. Das ist halt eine Extran-Head, ne? Ah. Super. Ich bin jetzt einfach nur noch durch, ohne das Dingsbums zu verlieren. Ja, es war schön, wenn die... Ich probiere es demnächst mal mit einem anderen Board. Ich probiere es jetzt hier mal, mal hier entlang. Ich glaube, ich kann diesem scheiß Treibstand ein bisschen entkommen. Ja, da ist er da. Ich glaube, die nimmt die ganze Zeit diese Abkürzung. Lass mich raten, jetzt kommt gleich der Treibstand und du fällst... Ja. Weißt du, in so einer... Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Hinter so einer Kurve kannst du den Treibstand nicht perfekt nehmen. Das geht einfach nicht. Also diesen Sandrutsch. Guck's dir an. Der... Ich bin mit Slash nicht gut genug, um das zu... Ich fall da immer hin. Na, guck mal, wie schnell die ist, ey. Die ist immer noch zu weit weg. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Oh. Natürlich. Dabei bin ich im Handling doch eigentlich ganz gut. Oh. Sag mal, was geht denn mit denen ab, ey? Nein! Geh! Oh. Ja! Ich muss um meinen Bordshop. Ich zieh's durch, Leute. Dann machen wir einfach mal drei Premieren draus und dann ist der Schuh gegessen. Willkommen. All around. Diesen Raum. Alles klar. Uiuiuiui. Warum bin ich denn heute so müde? Können wir das mal bitte einer irgendwie verraten? Ready? Go! Wieso? Nee. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann ich nämlich die Kurve hier besser nehmen. Ja, wir haben jetzt diese ganzen Dingsbums geklaut. Nee, ich kann irgendwie die Kurve nicht richtig nähen. Schön. War ein schöner Trick. Klaut wir mich! Was war das denn? Äh. Eine scheiß Münze, zu wenig. Also. Hier, Münze geben ja immer 100. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie sie heißt, diese... ...Dead Bunny. Die Linda ist nervig, die macht das nämlich richtig. Ach. Hat die auch noch... Alter, was hat die denn für eine Wendigkeit? Die ist schnell, aber die ist wendig, ist... ...Wende-Style ist die eigentlich nicht gerade perfekt. Ja, komm, natürlich. Ich werde runtergeschubst in die nicht, oder was? Wie soll denn das gehen? Drink! Wo Drink? Hot Drink. Ähm, wir sind hier in der Wüste. Ich weiß nicht, ob hier so ein Hot Drink geil wäre. Mist. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist mir auch einfach zu schnell. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich jetzt aufhole oder so. Von daher spare ich mir den dann. Super. Na, eine kleine Oase. Supi. Sieht schön aus. Doch, gefällt mir. Für N64. Grafik nicht schlecht. Generell hat der N64 eigentlich schöne... Also schöne Titel, muss ich sagen. Was das angeht. Auch die Rennspiele sind ganz nice. Nach links, nach links, nach links, nach links. Ja, ja, ja. Oh, knapp genommen. Aber... Super. So, eine kleine... Warum kriegt der denn die Kurven so gut? Das war perfekt. Yay! Oh! Das war perfekt. Das war wirklich perfekt. Ähm, nee, ich bin mit dem Geist eigentlich zufrieden. Im Fall, dass ich wieder so einen scheiß Geist selbst abklicke. So, die Hände, die Fallschirme sind perfekt. Perfekt. Oh, super, zum Glück hab ich keine... Äh, ich wusste's, ich wusste's. So, schluck das, Arschloch. Ich glaube, es ist aber immer noch besser, als runterzufallen. Was war das denn? Ich will nicht mehr. Ich hasse das Spiel. Also, ich liebe es, aber... So gemein. Nix ist weiter. Dann nehm ich mir auf. Das krieg ich noch. Dann wollte ich mir eigentlich aufheben. Schade, ich dachte, ich könnte noch kriegen, aber macht nix. Ich bin wieder back in the hood. Bringt halt nur nix. Weil ich werde wahrscheinlich wieder bei diesem scheiß Treibs anfallen lassen. Wie krieg ich den denn hin? Ist natürlich doof, als erster Platz kriegst du diese scheiß Münzen nicht. Und du bist Opfer von diesem scheiß Geist. Da ist vielleicht die Frage... ...ob ich mir da vielleicht lieber... ...extra zweiten oder dritten Platz aneignen soll, in der Nähe bleiben soll... ...und dafür dann am Ende nochmal richtig was rausreißen. Aber das ist mir zu gefährlich. So, die haben wir schon mal ausgetrickst. So, da rein und hier runter. Das macht die Linda auch. Das macht nämlich die Linda auch. Die schafft nicht nämlich die ganze Zeit. Der Jam ist eine harte Konkurrenz, aber die Linda ist übel. Die fällt nämlich auch immer hier rein. So, jetzt habe ich einen kleinen Bonus bekommen. Natürlich, unten. Ja, ist klar, ist klar, ne? Es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Wie soll ich denn diese scheiß Kurve nehmen? Ey, es klappt einfach nicht. Ebenmal kriegt mich diese Kackkurve. Und... ...keiner wird getroffen, natürlich. Außer ich, das ist klar. Ja... Die Bunny-Fotze ist vor mir. Ich glaube auch nicht, dass ich die noch kriege. Dafür bräuchte ich jetzt ein paar Münzchen oder irgendwas, was sie verlangsamt. Nee, das kannst du vergessen. Bis ich jetzt wieder da bin. Oh, das ist nervig. Immer so kurz vorm Ziel. So kurz vor dem Ziel. Da. So langsam kenne ich die Strecke auswendig. Aber das war schön. Ich habe schon wieder verpompt, ne? Habt ihr das Gefühl, der erste Platz kriegt immer nur so Müll-Items? Ich meine, macht schon Sinn, weißt du? Ja, weißt du, die kriegen Geister und so einen Scheiß? Zwei... Ja, zwei Geister, ist klar. Nee, ich kriege so scheiß Bomben, ey. Ha! Weil Bitches getroffen. Bitchlab! Ähm, hier in dem Tunnel werde ich garantiert nicht... ...mein Turbo benutzen. Weil ich weiß nämlich, dass ich den verkacken werde. Ob der mir was bringt? Nee, ich glaube nicht. Ich komme einfach auf den falschen Winkel an diesen Scheiß Treibsand rein. Och, Mann. Ich habe doch... Nein! Ey, was sollte das denn? Und ich bin letzter, wegen diesen Scheiß-Munzen. Das kannst du vergessen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß echt nicht, wie ich dieses Teil schaffen soll. So, die schaffen das alle ohne Probleme. Easy. Ja, wenn du einmal runterfällst, ist alles kein Problem. Aber... ...wenn du da so von... ...von der Seite reinkommst... ...dann bist du echt gehorcht. Die kriegen nur dieses... ...dings bin ich nicht, ja. Das ist eigentlich ganz gut. Boah, habe ich da Glück gehabt. Ja, natürlich. Hallo, Geist. Ich habe dich gesehen. Danke. Danke. Olle Zippe. Und Münzen. Es war so klar. Warum denn auch nicht? Also langsam komme ich mir echt verarscht vor. Ich kriege aber auch gerade echt alles ab, du. Also wenn ich es jetzt nicht langsam schaffe... ...muss ich was anderes machen. Ah, die gehen mir gerade so auf den Sack. Also schwere Map hin oder her. Aber irgendwie... ...muss es doch gehen. Diese scheiß... ...dre... 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 ...kurve, die haut mich jedes Mal wieder raus. Und wenn ich was abkriege, dann immer alles ich. Oh, natürlich. Endlich kriege ich auch mal ein paar Münzen. Bäm, hast du es verdient, Arschloch. Ich würde jetzt nach rechts fahren sollen. Na komm, Siegarei. Schluck, 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 schluck das. Schluck das. Oh, die laufen rum. Oh, die laufen mumien rum. Oh, die laufen mumien rum. So, Linda. Ne, ich krieg's einfach nicht hin. Egal, wie ich die Kurve nehme. Immer, immer krieg ich... Immer fliege ich hier rauf. Das kann doch nicht sein. Die Strecke hat's echt mit mir. Kann's halt auch nix machen, ne? Natürlich. Natürlich. Och. Entschuldigung, ich kack dir in den Scheiß-Banien-Hand-Zuch. Und lass die ganze Fahrrad rumlaufen. Ey, die geht mir gerade so auf den Sack. Stimmt, ich hab nicht genug Kohle dafür. Aber die Runde ist echt beschissen. So, die Linda müsste jetzt ultra-langsam sein. Seh ich's denn noch? Ja, ich hole gut ein. Natürlich hat sie jetzt die zwei Geister gekriegt, wo sie... ...zieb... ...ein paar wertvolle Sekunden im Lift. Ekelhaft! Na, komm schon. Das Problem ist, die Linda ist halt auch zu schnell. Die macht halt keine Fehler oder so und... ...verkackt mich. Kriegt die Kurven. Fragt mich bitte, wie? Ich hab nämlich schon... Ich hab zwar nicht den schnellsten Charakter, aber ich hab den Charakter, der am meisten Handling hat. Aber aus irgendeinem Grund wiederholen die mich alle. Wir stehen! Natürlich, die ist von der Explosion nicht getroffen worden. Obwohl die direkt hinter mir war. Soviel zum Thema Handlung. Wie wär's mal mit ein paar Münzchen? Nein, natürlich nicht. Das scheint doch echt eine super Abkürzung zu sein. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Guck, wenn du hier von hier kommst. Ne, geht nicht. Ich weiß nicht warum. Egal wie ich stehe. Warum nicht nach vorne? Warum dreht sich die Kamera nicht? Warum bleib ich einfach hier? Und warum nimmt die das einfach so belassen? Easy, als wenn nix wär. Das ist doch eklig. Natürlich ist sie so schnell, dass mich das Ding nicht trifft. Und die olle Bunny-Trulle ist mal wieder obendrauf. Leck mich doch am Arsch an. Schade. Ich hatte so richtig Bock. Aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben, finde ich. Kriege ich sie noch, kriege ich sie noch, kriege ich sie noch? Ich glaube aber nicht. Ne, zu weit weg. Ach man, ey. Ekelhaft. Halte die Fresse, Mädels. Ich verstehe es halt auch nicht. Warte mal, wie viel Kohle habe ich eigentlich? Vielleicht muss ich da das Freestyle nehmen. Na, 4000 ist nicht viel. Das Freestyle auf Stufe 1 ist einfach zu langsam. So, einmal probiere ich es noch. Und wenn ich es halt nicht schaffe, dann muss ich... Dann stehe ich halt dazu. Dann ist das halt so. Dann ist es eine Sache, die ich nicht schaffen soll. Ich probiere es jetzt mit dem Freestyle einmal. Gucke, wie es läuft. Und entscheide danach nochmal, ob ich dann sagen soll, okay, ich habe es nicht zu Ende gebracht. Oder, ja. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach eine neue Stufe fürs Freestyle brauche. Natürlich, genau jetzt, so eine scheiß Münze. Weißt du, ich kriege immer nur so Kacksteine, ey. Was soll das denn? Meine Fresse, ey. Ja, du bist aber sauer. Das habe ich aber auch schon. Keine Bock mehr. Ja, das war dann von mir. Auf jeden Fall kann ich hiermit wesentlich besser lenken. Ja, mit dem Freestyle geht's. Gut, mit dem Freestyle klappt es. Das sieht auch alles ganz gut aus. Aber auch keine Münzprobleme. Den Fallschirm behalte ich mehr. Ich darf nur nicht übermütig werden. Platz 1. So läuft's gut. So läuft's sehr gut. Und das ist immer noch das Freestyle auf Level 1, ne. Ja, komm. Ich weiß, dass du nicht... Du schaffst... Nee. Ach. Was? Ähm. Hätte ich nicht noch eine Sekunde warten können. Ja. Oh, dieser scheiß Schneemann von hinten, ey. Von dieser Hoppelbunny. Aber es läuft gut. Also, ich glaube, mit dem Freestyle schaffe ich das hier. Wenn ich wahrscheinlich... Wenn ich gar... Linksbooms was anderes nehmen muss. Ähm. Mehr Level. Also, ich glaube, mit dem Freestyle schaffe ich das hier. Nein. Nein. Super. Dann wird mich da nicht voll frontal reingefallen. Aber das Bunny-Mädchen ist immer noch... Ja. 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 Nein. Nur zu... ... weit vorne. Also, wenigstens kann ich hier ein paar Moves machen. Ja, das Füße aber schon, glaube ich, eher... ... meins und ein Splash-Sign. Nichts. Da habe ich einen Fallschirm verschwendet. Und du kriegst gerade noch einen rein. Schluck das. Du bolle Zippel. Ja. Nein. 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 Ich glaube, ich darf ihn nicht zu viel lenken. Ähm. Nein. 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 So, ich bin Platz 1. Das ist sehr gut. Ja, mit dem Freestyle kriege ich es hin. Also, da kann ich es wahrscheinlich doch zu Ende führen. Sieht zumindest besser aus, als mit den anderen. Ich mag die Bombe nicht. Und krieg schon wieder so eine Bombe. Ja, die... Wenn die mich überholt, ist vorbei. Das ist klar. Oh, was sollte das denn? Ja. 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 Oh, wirkt wieder ein knappes Ding. Aber dafür habe ich, wie gesagt, nur ein Level 1er. Keine Ahnung, was die von Bord haben. Es wäre cool, wenn alle das gleiche Bord haben. Dann ist es wirklich nur auf Skill und Charakter aus. Aber die kleine kriege ich noch. Ich kriege dich noch. Kannst du aber glauben. So, Shoot. Bombe. Super. Jetzt so ein Geist. Perfekt. Ich habe so das Gefühl, was für Utems du kriegst, ist immer so ein bisschen geistabhängig. Äh, positionsabhängig. Hm. So, kann ich eigentlich unsichtbar in eine Explosion rein? Das wäre super. Aber das macht er glücklich im Endeffekt. Das behalte ich jetzt mal. So. Jetzt ist die schon mal weg. Die haben bestimmt irgendwo Schüsse versteckt. Das war jetzt knapp. Das ist jetzt alles knapp. Ich bin Platz 3. Ich bin Platz 1. Nee, ich sprung raus. Gar nicht anfangen. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Kurz davor. Und Bäm. Was soll das denn? Warum habe ich denn jetzt einen Geist gekriegt? Linda. Natürlich so ein Speed. Das ist echt... Kannst du echt vergessen. Och nee. Ja, ist klar. Gut, das Spiel will einfach nicht, dass ich das gewinne. In der letzten Runde haben sie es noch echt gegeben. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Reinschalten. Das war Snowboard Kids. Ich muss ganz ehrlich sagen, es schickt. Ich kann ja mehr vielleicht mit einem anderen Charakter. Obwohl, ich könnte es mal mit... Ja, Data Save. Ich will es noch mal mit einem anderen Charakter probieren. Vielleicht klappt es dann. Ein Player. Ich probiere es jetzt mal mit der Linda. Die hat nämlich die besten Werte. Was das angeht. So, Battle Race. Ich probiere es hier nochmal. Weil, wenn ich nämlich die Linda nehme, kann sie nicht gegen mich kämpfen. Haha. Nee, diesmal probiere ich es mit einem Allround. Ich probiere es mal. Ich probiere es echt mal. Aber ich wette mit dir in dieser Scheiß... Dingsbums verkack ich. Ready? Go! Ja, der Slash ist natürlich übel, ne? Ja, der fehlt es am Movement. Was dem Bots natürlich nicht fehlt. Nicht genug. Das war ein schlechter Start. Das war einfach ein schlechter Start. Da brauche ich auch gar nicht großartig anzufangen. So. Noch. Linda, du bist echt zu blöd. Ich sollte dir mal was ordentliches anziehen, weil das ist kein Problem. Ich will diese Bomben nicht haben. Die sind nervig. Ich hab nicht den Müssen, um da auszubrechen. Hast du den Move von dem gesehen? Ey, so knapp kriegt kein Mensch die Kurve. Das ist im Spiel gar nicht vorgesehen. Siehste? Ich krieg noch nicht mal eine normale Kurve. Lümmeltüten auf zwei Beinen, ey. Well. Gut. Ich habe noch einenぜhen, dass ich in einem Spiel gewinnt habe. Oh, das ist ein tolles Spiel. Ich habe noch einen Schlag. Ich habe noch einen Schlag. Ich habe noch einen Schlag. Geht's! Gut! Hey, oh! Ja! Haha, das war zuvielEST BíštĄ. Ah ne, das ist, ja, ich bin ja jetzt wieder BíštĄ. Das war predvielatiques Sacka. Hat er mich eiskalt mit den scheiß Münzen flachgelegt. Passiert mir nicht noch mal, donde dár endaz, ach! Alter, was子 for einen Zinken in der Nase hat? Damit kanns vor prepared. Was war das denn? Die nimmt echt beschissene Kurven. Ach, kacke, da habe ich jetzt gedacht, das wäre ein Item. Ja, ich habe da jetzt gerade einen Denkfehler drin. Ach. Und Schuss, vorbeigefahren. Na, warte, dich kriege ich noch. Dich auch. Ah, super. Gut, ich habe irgendwen getroffen, das ist super. Oh, Linda, du. Längst echt. Warum ist der so viel schneller als ich? So, Hoppelhäschen. Jetzt gibt es aber erstmal Fett. Das ist die Schnauze. Ich gehe mal hier hin, vielleicht kriege ich es besser hin, aber ich glaube nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie die alle das hinkriegen. Ich kriege das nur mit dem Freestyle hin. Obwohl, Linda und Freestyle, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Oh. Ich ziehe das jetzt, ich ziehe das jetzt, ich ziehe das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, egal wie. Aber dann gucke ich einfach mal, wie ich das, ähm... Und dann gucke ich mal, wie ich das mit dem Freestyle hinbekomme. Vielleicht sollte ich mir auch erstmal bessere Freestyles besorgen. Wer ist denn Platz 1? Slash. Wie hat denn dir das geschafft? Boah. Alter. Oh, das meinte ich. Das habe ich ja doch noch gut gelöst. Jetzt kriege ich natürlich nur diese Kacksteine, ey. Du kriegst da Plack. Und Bomben, und Bomben, und Bomben, ey, ich schwöre es dir. Ich dachte, das wäre Charakter bestimmt, aber... Ich will keine Bomben kriegen. Die sind Müll. Ja, endlich mal ein paar Fallschirme. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war so gemein. Das war so gemein. Alter. Hier kann es nichts machen. Direkt von der Kurve direkt stratz rein. Wenn du jetzt nicht das Freestyle hast... ...wisst du, was das angeht, richtig gearscht. Bringt halt nichts, bin ich an Platz 3. Platz 2, okay. Das wird doch knapper als gedacht. Ne, der Slash ist zu weit vorne. Wie kann der das denn schaffen, so weit vorne zu sein, wenn ich als Slash so richtig verkacke? Und der hilft jetzt nur noch so ein Plattmachtding. Ja, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, wenigstens kann ich Platz 2 kriegen. Ne, der ist schon... Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Die Linda macht mich komplett platt, ey. Ne, vergiss es. Forget it. Forget it. So, dann muss ich halt schon da eingestehen. Exit, ja, genug. Danke fürs Reinschauen, war cool. Jo, aber... Schickt. Also dann hier. Ciao, hi. Und gute Nacht.